Also hier steht es, dass ich in der Schweiz bin. Hier steht es der Zoll, da ist das Templerkreuz. Hier steht es, was man machen kann, was man nicht darf. Aber das meiste haben sie ja nicht aufgeschrieben. Die verstecken ja alles und plötzlich hauen sie dich mit dem Gesetz um den Ohren. Oder du weißt, dass du etwas Verbotenes machst. Und hier geht die Brücke nach Frankreich. Also ich werde ja illegal diese Brücke überqueren, ohne Passen. Das ist ja kein Land, was mich will. Also ich bin in der Mitte auf der Brücke, da ist die Schweiz. Da ist das Schild gewesen. Das haben wir vorher gesehen. Da ist dieser Fluss zwischen beiden Ländern. Und da ist Frankreich. Interessanterweise auf der Seite von Frankreich steht da nichts, was man tun und lassen kann und darf. Da kann man ja alles. Papiere, also was Papier? Also ich versuche hier illegal die Brücke dazu bequeren, weil kein Land mich will. Und hier komme ich dann in ein Land, da... Ja... Also Papiere, was wollen sie Papiere? Soll ich das noch seriös nehmen, da hier in einem Frank, wo zwei Schwanz und zwei Arschlöcher sich heiraten können? Ich bin 14 Jahre zusammen mit meiner Frau. Wir haben drei Kinder und ich kann mich nicht mal heiraten. Soll ich das seriös nehmen oder was? Kein Land will mich hier da. Also... Papiere, was Papiere? Also haut doch ab, man. Soll ich das noch seriös nehmen, dieses Scheiß, oder was? Hahahaha... Hahahaha... Hau doch ab mit deinen Papieren. Ich kann das doch nicht mehr seriös nehmen. Hahahaha... 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 Also da können zwei Männer sich heiraten. Auf die Brücke noch nicht. Und da geht es ja wohl nicht. Da steht alles, was man... Wo steht das? Da, was man machen kann. Und was man nicht machen kann. Hahahaha... 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 Was Papiere? Soll ich das... Haut ab? Soll ich das seriös nehmen? Eure ganze Scheiß hier? Ja, was ist das dann für eine Gesellschaft? Ne? Papiere. Soll ich das noch ernsthaft nehmen, oder was? Erst Papier. Nächstes, was die sehen wollen, ist mein Arschloch. Oder... Papier. Ich kann das nicht mehr ernst nehmen, das Ganze hier. Ja... Also...